Ob ich gejinxt habe? Das seht ihr im Video. Hallo und herzlich willkommen auf Slutty zockt und einer Runde Reversi. Wir machen nicht lang rumgefangen. Wir sind schwarz. Wir setzen hier. Wir haben den Feiertag gut rumgebracht. Bei aller Entspannung ist es ja immer streissig. Okay. Da geht ja weg. Das war eigentlich ganz gut, jetzt haben wir ein Seppisch reihe. Alter, warum? Heiße, noch guter Fehler gemacht. Sag ich mal, was soll es nicht beschreien? Okay. 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 Das irritiert mich ja schon. Ich kann ihn nicht mehr umdrüllen. Weiße. Das ist hier ein Party-Kopf-Bas. So, zwei, die Ecke. Ja, du hast doch noch geschaut den umdrüllen, oder? Ja. Ich gehe da. Warte, ich gehe da. Glaub ich. 35. So steht mein Ergebnis. So steht das Ergebnis von der... Risse. Ja. Ich würde mal sagen, Daumen auf, oder? Wo hättest du da oben gespielt? Ich bin noch ein wenig mit. Es ist ja 6.41 Uhr. Na, gehen wir halt. Komisches Schlafverhalten. Ja. Also. Wenn auch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten. Und ansonsten. Bleibt wie ihr seid. Genießt euer Leben. Habt Spaß. Und genießt es jetzt. Das ist das Allerwichtigste. Also. Bleibt wie ihr seid. Bleibt gesund. Bis morgen. Bis morgen, ne? Also. Slutty sagt. Wenn er den Knopf findet. Überholt. Gell. Und ich muss mal mit meiner Beleuchtung was machen. Ich hab da immer so eine rote Nase. Aber wenn ich meine Lampe anders stelle, wird es auch nicht besser. Also. Klar, die sagt tschüss. Hau jetzt. Nice. movie. Thanks.